Hallo liebe Ostsee-Blicker, hallo liebe Freunde, Mitarbeiter und Partner des Strandhotel Ostsee-Blicks. Die aktuelle Situation macht es notwendig, dass wir heute nicht in unserem Hotel sein können, dass wir nicht Gäste auf der schönen Terrasse begrüßen können, die den Blick auf die Ostsee genießen, sondern dass wir unser Hotel verlassen mussten, weil es die Situation so verlangt. Dennoch möchten wir den Kontakt zu Ihnen, zu Euch nicht verlieren. Auch wir wissen nicht, wie lange die Zeit dauern wird, bis wir uns wiedersehen können. Deshalb haben wir uns gedacht, dass wir Sie auch in Zukunft über das, was im Osterblick passiert, informieren wollen, denn zusammen ist man weniger allein. Dazu haben wir uns Gedanken gemacht, die Ihnen meine Frau gerne etwas näher bringen möchte. Ja, Hashtag zusammen ist man weniger allein verbindet viele, verbindet unsere Mitarbeiter zu uns und und soll in den nächsten Tagen uns alle verbinden. Und uns ist wichtig, dass die vielen lieben und liebgewordenen Gesichter, die Sie, die Ihr alle kennt, auch in diesen wirklich schweren Tagen bei uns sind und einfach mal reinschauen, die nächsten Tage. Ganz viele haben irgendetwas zu sagen und werden vielleicht damit auch dazu beitragen, diese Zeit erträglicher zu machen, durch die wir gehen müssen. Da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen. Dennoch ist das Ziel in Sicht und wir hoffen, dass wir ganz, ganz bald alle wieder zusammen sind. Vielleicht wären wir erst dieses Wochenende gewesen oder zu Ostern. Keiner weiß, wo die Fahrt gerade hingeht, aber wir denken, es ist ein guter Weg, sich miteinander zu verbinden. Und deshalb freuen wir uns, wenn Ihr bei uns seid, wenn wir bei Euch sind und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen. Vielleicht noch ein Satz, zusammen ist man weniger allein, stellt uns auch vor eine große Herausforderung. Nämlich die Gemeinschaft über das Individuum zu stellen. Nicht der Einzelne wird es schaffen, sondern nur wir gemeinsam werden es schaffen. Mit Disziplin und nicht das Ego in den Vordergrund zu stellen, sondern einfach mal sich etwas zurücknehmen und dann schaffen wir das auch. Und wir freuen uns riesig darauf, wenn wir die erste Mail rausschicken können, Strandhotel Ostseblick, Villa Usedom, die Boje haben wieder geöffnet und eins können wir Ihnen versprechen, wir werden es dann auch etwas krachen lassen. Bis dahin, alles Gute für Sie, für Ihre Familie und bis bald, Ihr Strandhotel Ostseblick Team.